Was geht, Freunde? Wir sind mal wieder in Nümöck, 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 mit Adem, Adem, Adem. Auf jeden Fall, Leute. Oh, Leck, es ist ungewohnt gerade so mit dieser... Wo ist dein Handy, Mann? Decker Handy, deswegen müssen wir mit dem Mikro hin. Ja, ey. Was geht da, Bro? Das Facebook ist ein Abonnent. Was wir heute drehen werden, ist einfach ganz einfach. Ich erkläre es schon mal schnell. Kiss, Marry, Kill hat jeder gefeiert, was wir gemacht haben. Deswegen machen wir heute eine Special Edition von dieser... Speziale, 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 Speziale. Weil morgen Halloween ist, weil heute Halloween ist, weil das Video kommt ja morgen. Deswegen sagen wir heute, haben wir vier Leute im Video dabei. Stell dich einmal vor, du fängst an. Komm rein. Stell dich mal vor, kurz für die Kamera. Ich bin Branko. Branko? 16 Jahre alt. 16 Jahre alt. Was noch? Lebenslauf, Bruder. Du kannst dich doch nicht einfach so bewerben bei jemandem. Wirtschaftsschule, Abschluss, Mittlereis. Hör auf, man kann mich auch scheiß drauf. No. Vielleicht. Vielleicht. Der scheint beim Lebenslauf vielleicht. Stell dich einmal kurz vor, bitte. Ich bin Mahmoud, ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus, Tonya. Der eine kommt aus Wirtschaftsschule, der eine kommt aus Syrien. Der nächste bitte. 50 Jahre ist hier, Bro. Wallah, erst mal an der Stelle, ich bereue es. Okay. 50 Jahre ist hier auf jeden Fall. Ich bereue es immer noch. Ich bereue es richtig krass. Leid weiter. Okay. Ja, ich komme aus. Komm, du, Bro. Fass uns. Alles gut, Bro. Wir wissen schon, wer du bist. Was geht da, Bro? Wie heißt du? Stell dich mal kurz vor. Ich bin Youssef. 10 Jahre alt. Bro, sag 18. 18 Jahre alt. Sehr gut, Bro. Also 18. Krass, Mann. Seit wann? Hm? 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 Was machen wir so? Erschreckungseffekt. Was machen wir? Tut uns um die und so. Naja, wir machen diese, ja. Damit halt die Zuschauer sagen, wow, wow, wow. Ja, wie fängt mich. Check, check. Machen wir einen Check. Ja. Kommt rein, Jungs. Kommt rein. Warte, wir erschrecken uns jetzt. Wow, wow, wow. Wow. Alter, von wo kommt ihr denn? Wo seid ihr denn rausgekommen? Habe ich mich erschreckt gerade, ey. Ich habe Eiszaffern an der Nase. Rammt sie die Maske aus. Noch nicht. Okay, wie seht ihr, diese vier Leute, die gehen jetzt auf die Straße raus, sagen zu Weibern, wem wird die Kisten marry, kill, millen, nimm. Und ja, Leute, man weiß ja nicht, wie die Gesichter von unter der Maske sind. Bubble. Deswegen, wenn man sagt zum Beispiel, ich heirate den, den will ich heiraten, mit dem würde ich gerne was machen und mit dem würde ich, wer ist das? Weißt, wie sieht der aus? Okay, dann hat man eine Entscheidung getroffen, aber danach, der Haken ist, jeder zieht seine Maske aus und wir fragen die Weiber nochmal, ob sie dann das, was sie gesagt haben, wirklich mit dem machen wollen. Das heißt, am Ende sagen, nee, Digga, willst du uns verarschen, Alter? Alle, die sehen ja noch hässiger aus als Kat Maske. Okay, also, wollt ihr noch was sagen? Wann soll ich die Bombe ziehen? Am besten den von hinten, links hinter mir. Der grad schaut. Stell dich mal kurz vor. Ich bin Tamaya. Du? Was für ein Eier? Und du? Linda. So, ihr habt hier vier wunderschönen Typen. Seid ihr vierlinge, oder was? Ihr dürft jetzt einfach so, ohne dass ihr Gesicht schaut, nur von so Körperstatur her, dies, das. Dürft ihr entscheiden, mit wem ihr heiraten wollt, euch küssen wollt, ihn umbringen wollt und das vierte dürft ihr euch selber aussuchen, was ihr mit dem machen wollt. So, wer fängt an? Wer fängt an? Wer fängt an? Du? Okay, film mal einmal mich. Und dann ihre Entscheidung, okay? Kameramann, willst du noch bei uns arbeiten, dann mach, was ich sag. So, du fängst an. Kiss? Du musst auch sagen, rechts, ganz. Oder du kannst mal hingehen, du kannst mal hingehen, aber ohne schlagen, ja? Abstand, bitte. Kiss, ähm, Mary, Kill. Also, Kiss, Mary, Kill. Und der, der ist einfach nicht da, oder wie? Kiss. Auch Kiss, zweimal Kiss. Ich denke mir so, beim vierten hier dürft ihr spontan überlegen, was ihr machen wollt mit dem. Ja, Kiss, komm. Deine jetzt. Ich würde sagen, ja, Kiss, Kiss, Mary. Mary, okay. Heißt du Mary? Nein, Bero. Er sagt, nein, ich heiße Mero. Kill. Kill. Der hier, Kill. Und der hier macht nicht mit, oder wie, wieder? Wir können unsere Freundschaft machen. Freundschaft plus. Nein. Ja, ja, nein. Freundschaft minus, oder wie? Freunde halt. Freunde halt. Befreundet. So, einfach Freunde, Bro. Einfach von Hallo sagen weiter. Wollt ihr einfach die Entscheidung so stehen lassen? Oder wollt ihr einfach sehen, was unter den Masken ist? Ich will sehen, was unter den Masken ist. Ja, sie wollen sehen. Ihr wisst, wir suchen uns nur die Topmodels aus. Auf unseren Account brauchen wir ein Niveau. Zieht eure Masken. Okay, ich frage euch jetzt nochmal. Wer will mit dir kill? Bereut ihr eure Entscheidungen? Gleichzeitig, komm. Gleichzeitig bereut ihr eure Entscheidungen? Nein. Nein? Nein. Also du lässt es so, wie es davor war? Ja. Mit dem Freundschaft? Ja. Ich würde ihn heiraten, aber. Aber, Bro, Freundschaft. Ich würde ihn immer noch heiraten, weil ich mag locken. Wallah, ich habe noch nie jemanden so glücklich gesehen. Schau dich den an. Was sagst du dazu, Bro? Pass, du sagst später, was du sagst. Okay, und du bereust alles, oder? Du bereust, dass du ein Video mitmachst. Hast du gerade gehört, was du gesagt hast? Wenn wir nur in die andere Richtung gelaufen, damit der mich nicht gefragt hätte. Wollt ihr doch was sagen, Insta und so? Nein, nicht. Wollah, wenn ihr meine letzten zwei Videos angeschaut hättet, ich habe nicht rausgekriegt. Aber ich grüße deinen kleinen Bruder, Adel. Nee. Wo gehst du den? Du. Nein, ich sag nichts. Ich sag, man denkt es vor Gericht. Ich sag nichts dazu. Ohne meinen Anwalt. Mein Anwalt sagt mein Insta. Einmal dein Name. Manessau. Kiara. Wir haben hier vier hübsche Jungs, wie ihr seht. Vier Linge. Und die Frage an dich, Anissa, wem würdest du küssen? Wem würdest du marry? Wem würdest du killen? Und wem würdest du deine Entscheidung? Hey, die sehen von Größe alle gleich aus. Ja, aber so Statur oder dünn, dick. Keine Ahnung. Die sind alle halt voll klein. Ich bin groß, deswegen fast nicht. Hä, das sind vier. Wie soll ich kiss, marry, kill sagen? Kiss, marry, kill. Und mit dem einen machst du was? Da ist Kamera, ne? Komm mit, komm mit. Komm mit, komm mit. Was würdest du mit dem machen? Würdest du den küssen, heiraten, killen oder würdest du den wegschicken? Killen. Killen. Okay, du bist weg. Was würdest du mit dem Kollegen machen? Heiraten. Heiraten. Ich mach auch ein paar Dinge, die so heiraten. Was mit dem? Den hast du killen, den hast du küssen und den? Ja, küssen und den wegschicken. Chiara. Wem würdest du küssen? Den. Den. Der, der gepackt wird. Okay, den würdest du küssen. Was würdest du mit dem da machen? Killen. Und mit dem? Auch killen. Auch killen. Und mit dem? Auch killen. Auch killen. Jungs, seid alle weg. Wie wird man sein Style so ein bisschen? Ja, Maske, alle gleich. Nein, wie wird man sein Style so? Seine Schuhe sind hässlich, seine Hose geht englisch, seine Jacke geht auch, kann man besser kombinieren, seinen Pulli. Sagst du zu den Gucci-Gürteln? Hässlich. Was glaubst du? Ist voll schön. Okay, Jungs, mach mal die Dinger runter, die ihr im Gesicht habt. Ich würd alle killen. Was würdest du jetzt machen? Bereist du deine Entscheidung? Ich mag seine Haare. Ja. Du magst deine Haare? Okay, also den Rest würdest du killen. Okay, und du? Ich würd auch alle killen. Außerdem, der ist voll süß. Der ist süß. Ey, immer wüscht den. Was habt ihr mit dem? Der ist voll süß. Ey, war wurscht der süß. Was sagst du dazu, dass du süß bist? Was soll ich sagen? Ja, was soll ich sein? Wir fragen was anderes. Das finde ich auch. Okay, wir wollten auch euer Insta sagen, Schnell. Piipi. Stell dich mal bitte kurz vor. Ich bin Rebecca. Wie alt bist du? Rebecca. Ey, wie dumm. Rebecca, du bist 18. Ja. Alhamdulillah gewonnen gestern. Okay? Rebecca, wie alt bist du? Hat Rebecca Alzheimer? Hat die Alzheimer? Ist irgendwas da bekannt in die Richtung? Okay, sag jetzt nochmal. Rebecca. Ja. Rebecca, das ist ein neues Mikro. Ich will das nicht kaputt machen. Du bist 18. Wie alt bist du? 18. Wallah. Was ist mit dir los? Okay, wir fangen erstmal an. Du siehst hier viele Leute vor dir. Du kannst sagen, zu einem Kiss, zu einem Mary, zu einem Kill. Okay? Von welchen unter diesen Masken befindet dein... Ähm, unter... Warte mal. Aber nachkriegen. Bubble, bro. Hast du... Hast du noch dieses Bubble? Ja, hab ich. Blende das mal jetzt ein. Sprachen lernen. Bubble. Du suchst ja immer noch deinen Traummann, glaub ich. Mit 18. Es wird bald Zeit mit 18 Traummann zu finden, ne? Weil du bist gestern 80 geworden. Hamdulillah, Gratulation nochmal. Alles Gute zum Dings, nicht 18. Unter diesen Masken, vielleicht ist dein Traummann drunter. Kannst du von dieser Statur aus, irgendwie deinen Traummann erkennen? Nein. Wieso nicht? Keine Ahnung, die sind 50 zwei. Nein. Du kannst ja die Gesichter nicht sehen. Wem würdest du von den 4 heiraten? Keinen. Keinen? Okay, mit 18 würde ich auch nicht heiraten. Mit wem würdest du dich küssen von denen? Keinen. Keinen. Versuchen wir weiter. Mit wem würdest du ein Date machen? Äh. Keinen. Mach mir weiter. Ey, Limpik, wollah, ich bereue immer, mich hier zu drehen. Mit welchen von denen würdest du sozusagen deine Brüder auf den hetzen? Brüder? Ja. Auf den. Maske aus. Maske aus, hab ich gesagt. Auf den würde ich nicht Brüder, auf den würde ich ganz Familie hetzen. Ich würde auf den erstmal einen Friseur hetzen, damit er den ein bisschen besser bearbeitet. Dreh dich mal an, Bro, da lang? Was ist das? Okay, wir drehen uns beide. Fällt euch der Unterschied irgendwo? Wir schauen jetzt nach da, ja? Nach da. Komm näher, Bro, komm näher. Wir machen ein Tutorial jetzt. Schau. Was fällt euch auf? Was ist richtig, was ist falsch? Wir schauen jetzt nach da. Nach da. Warte kurz. Bleib da. Bleib da, schau nach vorne. Okay, was fällt euch hier auf? Ihr wisst, was ich meine, ne? Die Jacken sind anders. Und jetzt nach vorne. Mach nach hinten, Bro. Warte, sei mal ruhig, sei mal ruhig. Oder mach so, wir machen so, wir machen so. Wer sieht mehr wie ein Pferde-Hintern aus? Ich oder der? Bro, kennst du... Ich vom Pferd, mach mal, geh mal runter. Nein, so, so. Oh, FBI, oh, 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 FBI. Sorry, FBI, open up, Alter. Wallah, FBI kommt direkt, nirgert. Nach diesen ganzen Geschichten, was würdest du mit dir machen? Gar nix. Letzte Frage an dich. Hast du einen Freund? Nein. Wenn ich sag zu dir, ich geb dir 200 Euro, damit du einen von denen als Freund nimmst für drei Monate, würdest du annehmen? Nein. Für wie viel Geld würdest du es annehmen? Für ehrlich, nein. Nein, nein. Sag einen Betrag, sag einen Betrag. Gar nicht, ehrlich. 1000 Euro. 1000. Gar nicht, gar... Ja, klingt gut, ja, bin dabei. Du kannst gerne in deinem Insta sein. Aber du tust wieder diese... Nein, ich piep nicht, nein, ich piep nicht. Ich mache auch kein... Ich will nix machen. Ich war... Okay. Ich bin... Wie? Du kennst das Gespräch? Du... Wie kennt das Gespräch jetzt, diese... Marius, mach keine Faxen. Marius, du weißt, wie es läuft. Du willst noch weiter Kameramann sein? Wenn du... Wenn du derselbe bleibst. Was willst du? Wir kündigen eigentlich. Dann lass Insta drin. Und dann, bro, dein Kindigungsfrist ist... Ich schreib dir mal... Ich hab dir schon fertig geschrieben. Mein Unterschied muss nur drauf. Ich hab schon Stäppel gemacht. Also, ihr seht hier unsere vier hübschen Jungs. Und auf jeden Fall, ich fang mit dir an. Wen würdest du küssen? Wen würdest du heiraten? Wen würdest du killen? Und mit wem würdest du Apfelsaft trinken? Mit dem heiraten. Dem würdest du heiraten? Ja. Küssen. Küssen? Spazierengehen. Killen. Und ihn killen? Dann einmal die nächste. Ähm, küssen. Küssen? Ne, ihn. Küssen. Heiraten. Heiraten. Was gibt's noch? Killen? Killen, ähm, dich. Ihn? Ja. Und äh, Apfelsaft trinken? Ihn. Ehm, wen würdest du killen? Ihn. Den da? Ja. Und was würdest du mit dem machen? Keine Ahnung. Was würdest du mit dem machen? Komm, optisch schneiden. Das ist dein Typ. Ich hab Freundin verkoppeln. Aber gut, doch, doch. Ist gut, ja? Ist gut. Jungs, einmal bitte die Maske abnehmen. Atem, nimm deine Maske ab. Komm mal her. Bereust du deine Entscheidung? Lass mal ein bisschen professioneller machen für die Zuschauer. Achso. Weiter hoch. Sieht man's? Ganz bisschen. Ja, fast. Du bereust also nicht deine Entscheidung. Du sagst, es passt so. Schönen mal auf, du sagst. Fünf Etagen tiefer. Aber du musst da reinspringen. Nein, runter, runter. Wie ist es runter jetzt? Ja, etwa. Bräuchst du deine Entscheidung? Bisschen. Bisschen. Muss ich wieder hochreden. Muss ich wieder hochreden. Ein bisschen was würde ich ändern. Schnell ich bitte einmal kurz vor. Ich heiße Lynn. Ich heiße Abdelawi. Und du? Jessie. Wir sind jetzt 15k. Bisschen anders. Müsst hier reinspringen. Warum machen wir sowas? Auf jeden Fall so. Mach gleich hier rein, bro. Und dann rede ich so. Ihr seht diese vier hübschen Jungs? Ich hab dir gesagt, komm mit Maske nächstes Mal. Achso, das ist die Maske. Ihr seid Single, ne? Alle, beide. Okay. Wie alt seid ihr, wenn ich fragen darf? 18. 18. 18-Jährige, was? Sagt ihr seit, nein, sagt ihr seit 14. Wo soll ich sagen? Sag einfach, du bist 14, weil wir dürfen über 40-Jährige keine nehmen. Kann ich nicht neun sein dann, bitte? Okay, sag mal. Ich bin neun. Und du? Ich bin elf. Seit wann? Seit zwei Monaten. Alles Gute zum Nachträglichen. Danke schön, sagt ihr noch. Es hat keinen Sinn gemacht. Also, ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Wir fangen mit dir an. Siehst du diese fünf Jungs? Es ist noch ein anderer dazu gekommen. Rahm, ich hab gesagt, komm nächstes Mal geschminkt ins Video. Geschminkt. Ich hab gesagt, schmink dich nicht erst nach dem Video ab. Von wem diesen... Warte, warte, wie viel? Ein, zwei, drei, vier, ich kann nicht zählen. Fünf hübschen Jungs würdet ihr daten. Ihr wisst ja nicht, wie die ausschauen hinter diesen Masken. Aber von der Statur her. Was? Sag mal nochmal, bitte, sag mal nochmal. Ich hab dich schon gesehen. Dich nicht schminkt. Ich hab dich schon gesehen. Also, den auf jeden Fall nicht. Nein. Okay, geh raus, geh raus, hab ich gesagt, geh raus. Warte mal, denk, ich bin Vater von denen. Schau mich da aus. Von diesen übrigen... Hallo, geh raus. Von den übrigen noch. Wem würdest du daten? Du musst jetzt irgendwie tippen. Und am Ende, wenn die alle ihre Masse... Er soll auch raus. Okay, du gehst raus. Der zu lange Haare, geh raus. Ja, du, du musst auch raus. Was? Was raus? Okay, von den letzten zwei. Ich weiß jetzt nicht, ne? Ja, guck mich halt jetzt nicht so an, ey. Die schauen doch beide so einfach... Aber du bist schon ein bisschen blass, ne? Vielleicht ist dein Traum an da drunter, man weiß ja nicht. Ihn. Wem würdest du daten? Kommt alle wieder rein, merkt ihr den, okay? Am Ende, er zieht Maske aus und dann sagst du, ob du bereust. Okay, jetzt fängt Selin... Ne, Selina. Irgendwie. Okay, sorry, du... Ey, du hast Sendepause. Jetzt hast du mal Sendepause, okay? Hast du irgendwo einen Knopf? Wem würdest du von denen daten? Der schon mal raus. Der raus, geh, geh, geh. Yallah, geh, hab ich gesagt. Den zweiten da mit Nike-Jacki auch raus. Raus. Wollah, das war nicht meine Entscheidung. Ich hätte dich trinken gelassen von denen dreien jetzt. Er auch raus. Du raus. Bleib gleich draußen nix, Mann. Brauchst gar nicht mehr reinkommen. Ähm, er auch noch raus. Ich weiß warum. Weißt du warum? Weil du hässlich bist. Also ihr habt beide den genommen. Kommt alle wieder rein und zieht Masken aus. Und ihr dreht euch mal in die Richtung. Ich dreht euch jetzt mal in die Richtung. Komm mal da, komm mal da. Ihr bleibt jetzt... Ihr schaut nicht nach hinten, okay? Ich geh zwischen euch. Du filmst jetzt über mich. Sieht man die? Denkt ihr, ist ein Hübscher dabei? Glaube nicht. Du? Du drehst dich als erstes um. Ohne eine Reaktion. Drehst dich wieder zurück und sagst, was passiert ist, okay? Und du bleibst vorne. Okay, los. Okay. Okay. Jetzt du. Dreh dich auf. Welcher war das? Ah, du. Ich kenn dich doch. Ich schwöre, ich kenn dich. Okay. Wir haben gerade... Dabitji hat gerade was aufgeklärt. Und zwar eine alte Affäre. Ich kenn dich doch. Was ist der, der mir immer gesnappt hat und abgecheckt ist dann? Und kein Profilbild mehr hatte? Bereust du deine Aussage? Ja, schon. Du? Ja. Würdet ihr eure Aussage bei irgendjemandem ändern? Nee, alles gut. Also gar keinen Daten von denen? Okay, sagt mal eure Insta schnell, damit wir fertig sind. Ist immer leid. Ich sag, die würden beide mich daten? Ja. Ja, passt. Sag mal dein Insta schnell. Yo. Yo. Du? Ich hab kein Insta. Aber du hast Snapchat, weiß ich. Sag dein Snapchat. Ich weiß meinen Namen nicht. Konzentrier dich! Hast du angefangen zu filmen? Ja, willkommen zum Outro. Das war's jetzt mit heute dem Video in minus 35 Grad. Ihr seht hier nochmal die vier Jungs mit den Masken auf. Ich übernehme, Bro, Rav, du hast Feierabend. Auf jeden Fall kommen wir Kameramän. So, du, danke, dass du das gemacht hast. Was du sagen willst, was deinem Herzen ist, kannst du sagen. Also, mein Kanal ist Fuchs. Okay, du machst YouTube? Ja, mein Kanal ist heiß. Fuchs. Okay, unten verlinkt auf jeden Fall, unten in der Bio verlinkt. Was willst du noch sagen, Insta oder so alles? Ja, Insta, aber Oxenbille, wir cutten alle nicht raus. Komm. Jolani 2002. Jolani 2002. Wie Jabulani. Okay, du. Insta. Insta-Name, alles, grüßen, alles, was du willst. Insta, Y-X-S-E-F-7-Vier-Punkt-O-Unterstrich. Jetzt machen wir ihn, okay? So, jetzt. Auf jeden Fall. Hammer, Hammer, Hammer auf Band. Hammer auf Band, alles, ne, gell? Geh ihm. Name, Name, Insta. Also, Name, richtiger Name. Branko und Insta, Branko.39. Okay, check ihn ab. Auf jeden Fall, korrekter Typ. Und du, Bro, auf jeden Fall. FBI. FBI, wir haben's gesehen. FBI, das ist der hier. Falls ihr den sucht, der war's. Check mich auf Insta ab. Mein Insta hier eingeblendet. Rahm seins, neben meins. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Nürnberg, ihr wart wieder zu weh. Gib ihm, gib ihm Ram.